Instandhaltung Hallo, ich bin der Marcel und ich bin Schichtleiter von den Instandhaltern bei der AMS Osram AG. Mein Name ist Jürgen und ich bin in der Firma AMS Osram AG in der Instandhaltung tätig. Wir als Instandhalter sind dafür zuständig, dass die Produktionsanlagen laufen und wenig Standzeit haben. Ich bin seit über sieben Jahren in der Firma AMS Osram tätig und durch die ständige Marktanpassung ist die Arbeit nach wie vor jeden Tag abwechslungsreich und anders.